Kashyyyk fehlt uns da noch. Ähm, so. Wir haben sie zumindest getötet. Da muss es irgendwie einen Weg hoch geben. Wenn wir das jetzt machen können, können wir auch schauen, was wir uns noch mal zurückkommen. So, hoch. Warte mal. Vielleicht war es auch immer einfach hoch genug, dass wir da hochklettern konnten. Shit. Okay, wir wären sowieso nicht mehr rübergekommen. Wenn wir da klettern können, heißt das, dass wir in diesen Wänden auch laufen können? Nein, heißt es nicht. Ich dachte nur gerade, dass wir in den vielleicht laufen können, wenn wir da hochklettern konnten. Aber können wir tatsächlich nicht. Okay. Ja, und überrück mal. Und überlade mal. Ich weiß nicht, wie er zu uns zurückgekommen ist, aber er hat es geschafft. Oh. Kenne ich euch nicht aus Battlefront? Flammenkäfer. Fliegendes Ungeziefer mit entflammbarem Hinterteil geht in unmittelbar nähere oder nach dem Tod spontanen Flammen auf. Ok. Ok. Alarm. Wem meinst du? Mich? Oh, Teifel. Teijäger. Schön. Hey. Vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Das Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Oh. Wir haben einen Speicherpunkt. Oh, ganz knapp. Dass wir den Fähigkeitenpunkt nicht mehr halten. Ganz, ganz knapp. Aber gut. Bye! Hasta laIZA Bye! Tsch! Sie mit In Jetzt stecken wir kurz wieder ein. Das war so blöd, ich habe den Schuss nicht gesehen. Oh, Jungs, ihr schaut ja nicht gut aus, wie ihr da liegt. Wir haben eine R2-Einheit, aber komplett mit auseinander geschnitten. Oh Mann. Wo kommt der denn jetzt her? Du bist ziemlich schnell. Du bist so gut wie erledigt. Aber jetzt sieht es für dich nicht ganz so gut aus. Du bist ziemlich schnell. Was nennt man Jedi Commander? Ich weiß wohl nicht, wie dein Arm noch dran ist bei dem Cut, aber gut. Können wir die Waffe mitnehmen? Das wäre einfach so, wenn du die Waffen aufnehmen könntest. Wenn du nicht mit dem Licht herumlaufen müsstest, dann nochmal schießen könntest. Das wäre schon ein bisschen chilliger. Oh. Äh. Tschüss. Habe ich auch nicht erwartet. Ist ihm so. Perch Trooper. Sie fliehen vor uns. In der Zeit bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So. Auslöschungstruppler. Kann nach Paraden zum Gegeneingriff übergehen. Bleibe wachsam. Vernachlässigt nach einem Komboangriff kurzzeitig die Verteidigung. Ähm. Ehemalige Klone. So. Kurze Unterbrechung. Ähm. Genau. Auslöschungstruppler. Auslöschungstruppler sind Jäger der Imperialen Inquisition, die Überlebende des Verräterischen Ordens der Jedi aufspüren. Sie operieren in den Schatten und bereisen die gesamte Galaxis, um die Inquisitoren auf ihrer dunklen Mission zu unterstützen. Diese spezialisierte Klasse vertraut dem Kampf, vertraut im Kampf primär auf Energiestäbe und ist für jeden Gegner mit Lichtschwert eine tödliche Herausforderung. Ähm. Die Energiestäbe erinnern mich sehr an die Stäbe von Magna-Guard-Wachen, die General Grievous auch hatte. Ähm. Ihre Beweglichkeit und ihre Rachgelüste manifestieren sich in einer tödlichen Kombination aus intuitiven Gegenangriffen und trainierten Manövern. Ähm. Viewer. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Lady! Lüftung offen! Los! Ich hoffe, dass ich es vorhin auch nie wieder sehen werde. Auf Englisch die sogenannten Perch-Truppen. Ähm. Ähm. Manöer. . Ja, wirst du. Scheiße, Alter. Die kenne ich noch nicht. Flammendrupula. Für die, die es sich kurz durchlesen wollen, kann es selber kurz durchlesen. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt gehalten. Das heißt, wir müssen am Leben bleiben, bis wir speichern können. Da sind wir rausgekommen. Ich glaube, ich sollte da hochklettern. Kann das sein? Ne, ich kann mir das nicht vorstellen. Kann ich mir bei aller Ehre nicht vorstellen. Okay, wenn wir nicht rein, kein Scomp-Anschluss. Dann müssen wir wirklich vielleicht da hochklettern. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja, lass uns den Käfer mal machen hier. Ähm, Fähigkeitenbaum. Verbesserter Vorstoß. Den hätte ich gerne. Ein bisschen mehr Angriff. Jawohl. Das war dumm. Wir müssen uns ausruhen. Wir haben sonst kein Leben mehr. Wir brauchen wieder Energie-Stims. Und die haben wir jetzt Truppen wieder hergestellt. Das ist natürlich dumm. Ich sag, warum fliegste Du denn nicht, Alter? ja hier in denen in denen wo kommst du denn er lasst mich doch in frieden du dummes viel alter ja genau so ging es mir gerade auch wir können die benutzen wenn wir die benutzen sind die wieder warte mal kurz oh mein gott warum albino was willst du verarschen der folgt mir ja toll 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 das ist gar nicht cool what the fuck man so Bis zum nächsten Mal.